Und, wie sind die Schneeverhältnisse heute für einen schönen Powder? Die sind genial. Es hat leicht geschneit. Man schaue da hoch. Die Pisten sind präpariert. Was gibt es schöneres? Wie ein Radtour bei Transalptours. Wo fahren wir hin? Wir fahren nach links. Neu geteert. Jetzt nach rechts. Das werden wir gleich alles erkunden. Das ist so geil, das Panorama. Ich habe alles am Film. Das ganze Panorama. Ich habe es eingefangen. Für euch. Für eure Kinder. Für euch. Frauen. Frauen. Wundere Frauen. Die anderen gehen zum Skifahren und die anderen zum Radelfahren. Servus. Ich bin Johner. Ich bin Johner. Ein ganz frechter Ausschluss ist ein bisschen. Das schüttelt mal bei Gelegenheit. Dann hätten wir noch eins. So, nun stellt euch mal hier in Position. Die Rücken sind ziemlich uninteressant. Und Jesper, machst du dann die Fotos? Die ganzen Fotos vom Jesper? Jesper magst du meinen Helm absetzen? Nein, das mag ich nicht. Der ist der ganze Fahrt. Ich schreibe ihn nicht. So! Das ist der Schilder, die hier. Das schlitzert nicht. Das schlitzert nicht, ja. Das schlitzert nicht. Hast du noch ein Drehen? Ich schau doch. Ich tröne ihn an die Ente. Ich tröne ihn nicht. Ich tröne ihn nicht. Ich tröne ihn nicht. Aber du bist doch klar. Ich tröne ihn nicht. Ich tröne ihn nicht. Ich tröne ihn nicht. Ich tröne ihn nicht. Einfach drauf springen, oder? Mein König. hoppao Ihr Geist. Das war's für mich. Das war's für mich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Bis gut aus! 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 Ich bin auf den Boden und bin in der Sarrakanen. Wenn ich auf dem Motest bin, dann habe ich ein Feuer, und ich höre ein Grito. Das war's für heute. Musik Me gustaría jugar con mi hermano en el patio de afuera. Ahora, él ya está estirada en el suelo y le saca la cabeza. No me contesto. Veo fuego y avance. Escuchame ahí. ¡Suscríbete al canal! Me llame con la frensí y me llame el Adiósí. Es difícil de ir a un pas de pas de pas de pas de pas, que es que es para irse first de la volar. von Gabier ist ja eigentlich der Höhepunkt, nicht der naja gut, mit dem Fahrrad ist nicht ganz so recht hast du deinen Vater nicht vorher geprüft? nein, ich lees nicht hier, der Ingenieur der Ingenieur der Ingenieur der Ingenieur der Ingenieur Zieren Irrä Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ja wie auf der Modell Eisenbahnplatte, oder? Ja! Oh, der Schnellzug läuft ein! Nicht nach Kupplung! Ja, das Teil kommt uns vertreten! Ja! 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 Ja!